Des Himmels würdig, Paulus wurde von der Autorität wegen seiner Rolle bei der Ausbreitung des Evangeliums und wegen seiner Selbstdisziplin verfolgt, Paulus wurde von der Autorität wegen seiner Rolle bei der Ausbreitung des Evangeliums und wegen seiner Selbstdisziplin verfolgt. Politische Führer wie Gouverneur Festus und Gouverneur Felix würden aus Gründen der Korruption keine Gerechtigkeit ausüben. Daher blieb Paulus ein Opfer eines perversen Urteils. Er wurde in Ketten herumgeschubst. Um sich der gleichen Herausforderung eines unausgewogenen Justizsystems zu stellen. Die Schrift berichtet, aber Festus, der den Juden einen Gefallen tun wollte, antwortete Paulus und fragte, seid ihr bereit, nach Jerusalem hinaufzugehen und dort vor mir über diese Dinge gerichtet zu werden? So sagte Paulus, ich stehe auf dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden sollte. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie sie sehr wohl wissen, APG 25, 9 bis 10. Lektion, Christen leben mit anderen Menschen in einer unvollkommenen Welt. Regierungschefs sind korrupt und die Bürger leiden darunter. Christen werden jedoch nicht ewig schreckliche Erfahrungen machen müssen. Wir werden bessere Erfahrungen auf der neuen Erde und im neuen Himmel machen, die Gott schaffen wird. Offenbarung 21, 1 bis 5 Böse Menschen werden keinen Anteil am neuen Himmel und an der neuen Erde haben, ihr Platz wird in der Hölle sein. Deshalb ist es wichtig, dass alle Menschen, sowohl in der Regierung als auch in der Gesellschaft, eine Beziehung zu Jesus Christus haben und ihn als Herrn annehmen. Damit sie sich für die vollkommene Erde und den vollkommenen Himmel, die kommen werden, qualifizieren können. Das Gebet, lieber Gott, ich verstehe wirklich, dass die gegenwärtige Welt korrupt ist und dass bald eine neue Erde und ein neuer Himmel kommen werden. Daran möchte ich teilhaben. Deshalb bereue ich von meinen Sünden und nehme deinen Sohn Jesus Christus als meinen Herrn an. Bitte qualifizieren Sie mich für Ihr Königreich und helfen Sie mir, durch die Hilfe Ihres Heiligen Geistes fit zu bleiben. Denn im Namen Jesu Christi spreche ich meine Bitten aus. Alle, Amen.